Arbeitszwang für Bürgergeldempfänger gefordert. Der Ton wird immer rauer. CDU fordert Arbeitszwang. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wer gesund ist, muss arbeiten. CDU-Generalsekretär will Bürgergeldempfänger zur Arbeit zwingen. So die neuesten Informationen aus dem Internet zum Thema Bürgergeld, meine Damen und Herren. Ja, wir sind voll im Wahlkampf. Das heißt also, die CDU hat jetzt hier schwer auf die Attacke gesetzt oder setzt ganz schwer auf Attacke und will, dass Bürgergeldempfänger zur Arbeit gezwungen werden. Und zwar, die gesunden Bürgergeldempfänger sollen zur Arbeit gezwungen werden. Meine Damen und Herren, wie Sie ja vielleicht wissen, bin ich Rechtsanwalt, Rentenberater und ich beschäftige mich auch mit Sozialrecht und auch mit so allgemeinen rentenrechtlichen Themen und auch rechtlichen Themen. Und das, was hier der Linnemann vorschlägt, ist wirklich schon fast, ja, Stammtisch, Wahlkampf unter aller Gürtellinie, meine Damen und Herren. Wer die Historie von Deutschland kennt, der weiß, dass wir im Zweiten Weltkrieg viele Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland hatten und diese Menschen unter unsäglichsten Bedingungen in Deutschland, zum Teil unter unsäglichsten Bedingungen in Deutschland gelitten haben. Nicht nur in den Konzentrationslagern, sondern auch allgemein verteilt auf das damalige Reichsgebiet. Und das sind keine Erfindungen, sondern das sind historische Wahrheiten. Und aus gutem Grund hat Deutschland im Grundgesetz, im Artikel 12, da was reingeschrieben. Nämlich, dass es keine Zwangsarbeit geben darf. Artikel 12, Absatz 2. Niemand darf zu einer allgemein bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemein für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Meine Damen und Herren, Wenn es für alle in Deutschland eine allgemeine, herkömmliche, für alle gleiche öffentliche Dienstleistungspflicht gäbe, dann wäre die Forderung von Herrn Linnemann möglicherweise korrekt. Aber im SGB II, im Bürgergeldgesetz, gibt es eine solche herkömmliche Dienstleistungspflicht nicht. Die gibt es schlicht und ergreifend für uns alle nicht. Die ist nirgendswo niedergeschrieben. Also ich kenne keine. Daher halte ich diese Forderung von Herrn Linnemann für unerträglich und auch unsäglich. Herr Linnemann sollte sich einfach mal die Frage stellen, ob es nicht andere Mittel gibt, um Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld, die gesund sind, die möglicherweise ihre Arbeit verweigern, aus welchen Gründen auch immer, dann zu anderen Dingen zu zwingen. Letzten Endes möglicherweise mit Sanktionen. Aber Arbeitszwang zu fordern, wie es Linnemann macht, ist unsäglich, ist unmoralisch und ist auch im Grunde genommen verfassungsrechtlich überhaupt nicht möglich. Meine Damen und Herren, wir können uns gerne in Deutschland über Bürgergeldempfänger aufregen. Wir können sagen, oh, da gibt es zwei Millionen, die den ganzen Tag nur zu Hause rumliegen und nichts tun und sich die Hände reiben. Auch das ist schon sozusagen eine gewaltige Mutmaßung, weil ich kenne viele Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger, die würden gerne arbeiten. Dazu bräuchten sie aber eine entsprechende Ausbildung, kriegen sie aber nicht vom Jobcenter, die schlicht und ergreifend einfach völlig überfordert sind oder aber dann irgendwelche Gutachter auf den Weg schicken und dort dann behaupten, dass man persönlich und auch körperlich da zu dieser Ausbildung nicht geeignet ist. Das kenne ich alles, meine Damen und Herren. Was wir in Deutschland machen müssen, ist, wir müssen Menschen, die Bürgergeld bekommen, dazu bringen, wieder arbeiten zu gehen, aber natürlich dann auch mit geeigneten Maßnahmen. Und da müssen wir natürlich Druck machen, müssen sagen, wir müssen auch mal Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, wir müssen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und wenn das für die Bürgergeldempfänger nicht zur Verfügung gestellt wird, dann müssen, dann können wir mit Sanktionen nicht arbeiten. Was nützt es uns, einen Bürgergeldempfänger, zu sanktionieren, wenn der gar nicht, wenn der überhaupt keinen Arbeitsplatz angeboten bekommt, aber auch keine Ausbildungsstätte angeboten bekommt? Deshalb ist das, was Lindemann hier vorschlägt, völlig daneben und ist letzten Endes eine Wahlkampfrhetorik und er weiß das auch, dass er das nicht durchsetzen kann, zumindestens nicht mit den politischen Parteien in Deutschland. Da nochmal, Lindemann betreibt billige, polemische Wahlkampfrhetorik im Sinne der Forderung eines Arbeitszwangs für Bürgergeldempfänger. Das halte ich schlichtweg für verfassungsrechtlich nicht möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal.